Hallo Martin, was gibt's denn? Ob ich dir helfen kann? Ja, na klar kann ich das. Wo bist du denn? Was? So Martin, da bin ich wieder. Alex, schön, dass das so schnell geklappt hat. Gar kein Problem. Ja, ich trotz, ich hab den Speichelschlüsseln zu Hause liegen lassen. Macht nichts, dafür bin ich doch da. Kann ich sonst irgendwas für dich tun? Ja klar, würdest du den Bus mal nach Hause fahren? Den Bus nach Hause fahren? Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was das hier soll und wie Alex so schnell hierhin kommt. Und ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ihr schreibt uns immer wieder, dass wir mal nach Vietnam reisen sollen. Und dann haben wir mal so ein bisschen recherchiert, um die weiteren Reisepläne zu schmieden. Und dabei haben wir eine Facebook-Gruppe gefunden mit 13.000 vietnamesischen Simson-Freunden. Und in dieser Gruppe werden fast täglich verrückte Sachen gepostet. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt davon. Jetzt ist es so, dass wir fürs Reisen leider nur noch drei Monate übrig haben. Und dass wir es in dieser Zeit nicht mehr schaffen, mit dem Auto komplett bis nach Vietnam zu reisen. Und deshalb sieht unser Plan nun folgendermaßen aus. Alex, du fährst das Auto wieder zurück nach Deutschland. Genau. Und wir werden nur mit der Schwalbe im Gepäck weiterreisen. Wie das aussieht, seht ihr dann im nächsten Video. Und was passiert dann mit dem Bus, wenn er wieder in Deutschland ist? Wenn auch ihr den Bulli vom Zweiradgeber sehen wollt, dann besucht uns doch am 20. Juli 2019 auf dem Simson-Treffen in Spickau. So sieht's aus. Zu diesem Bus sind in den Kommentaren schon einige Fragen aufgekommen. Und ich hoffe, dass ich sie in diesem Video alle beantworten kann. Und ja, ich gebe zu, ich hätte ihn auch für euch nochmal in die Waschanlage geben können. Aber ich wollte ihn euch einfach mal so authentisch wie möglich zeigen. Denn wir sind hier fast täglich auch fernab von geteerten Straßen unterwegs. Und ich würde sagen, ich rede nicht lange um heißen Brei. Und wir fangen einfach mal drinnen an. Ganz kurz zu den wichtigsten Eckdaten. Wir haben hier einen VW T3, Baujahr 1989. Und zu den technischen Daten kommen wir später noch. In dem theoretisch vier Personen Platz haben. Allerdings zu viel hier leben über einen längeren Zeitraum ist wahrscheinlich eher sportlich. Zu zweit ist es allerdings sehr gut machbar, denn wir haben hier einen alten Carthago Malibu-Ausbau drin. Und wie der genau aufgebaut ist, das zeige ich euch jetzt mal. Übrigens in der Türkei wird der Kaffee oft ungefiltert getrunken. In diesem Sinne erstmal Prost. Und die gesamte Küchenzeile, die ihr gerade gesehen habt, die wird über einen großen LVG-Tank unterm Auto betrieben. Also sprich die Gasflammen, der Kühlschrank und die kleine Gasheizung hier vorne. Übrigens eine der häufigsten gestellten Fragen von euch ist, wer denn überhaupt eine mysteriöse Reisebegleitung ist. Das ist Kim, meine Freundin, die den ganzen Quatsch auch mitmacht. Und ich würde sogar sagen, dass ihr die Reise gefällt, oder? Gefällt mir sehr, ja. Eine große Zweitbatterie unter der Sitzbank versorgt sämtliche Verbraucher, wie zum Beispiel die Lichter hier oben. Oder aber auch ganz praktisch, wir können sogar unseren Laptop anschließen mit einem Spannungswandler und können damit die Videos für euch schneiden. Die Zweitbatterie wird im Fahrbetrieb geladen und trennt sich mit einem Relais von der ersten Batterie, also von der Anlasserbatterie, für den Fall, dass die einmal tief entladen wird, dass das Auto zu jeder Zeit anspringen kann. Ansonsten noch jede Menge andere Staufächer, alle möglichen Krempel, die man so zum Überleben braucht. Hier unten auf der Liegefläche können zwei Leute schlafen. Manchmal ist es ein bisschen eng, aber das passt schon. Und oben haben theoretisch auch nochmal zwei Leute Platz. Der Bulli aus dem Intro, den habe ich gar nicht selbst designt, sondern vor der Reise musste das alles ein bisschen schneller gehen, weshalb ich da kurzerhand eine Silhouette aus dem Internet genommen habe. Und an dieser Stelle einmal Dankeschön an denjenigen, der das designt hat. Und ich habe gesehen, dass der auf seiner Seite noch einige mehr Busdesigns hat, die ich euch unten in der Videobeschreibung in diesem Video einmal verlinken werde. So, kommen wir als nächstes zum Design, beziehungsweise einfach mal zum Gesamtkonzept des Bullis, zum äußeren Bild. Und da muss ich zuerst mal sagen, dass wir uns ein bisschen haben inspirieren lassen von einem anderen YouTuber, nämlich Synchronicles. Den verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Wir haben den Bus auf seinem YouTube-Kanal gesehen und fanden einfach, dass die Farbe gut passt zu dem ganzen Offroad-Aussehen. Und so haben wir das Ganze dann versucht, selbst umzusetzen. Viele fragen uns außerdem, ob das Design mit der alten Landkarte lackiert oder foliert ist. Und die Antwort ist, es ist einmal komplett foliert, was man hier oben an der kleinen Klebekante noch erahnen kann. Ansonsten ist es aber ziemlich gut geworden. Unser Bus sieht mit dem Design und der Offroad-Bereifung so ein bisschen aus wie ein Synchrofahrzeug, ist aber in Wahrheit eigentlich ein 2WD, womit wir trotzdem ganz gut zurechtkommen. Und man erkennt es, für die Experten unter euch zum Beispiel daran, dass der Tank vorne statt hinten sitzt. Unser Bus hat einige Zusatzfeatures und Anbauteile, die dem Gesamtdesign noch so ein bisschen den Offroad-Charakter verleihen. Und die kommen alle von einem und demselben Hersteller, nämlich von TH-Parts. Die Heckrampe, zu der wir gleich noch kommen, sowie der gesamte Heckaufbau und diese Leiter hier, das sind alles Bauteile, die von TH-Parts angefertigt wurden. Und ohne, dass wir jetzt von ihm gesponsert werden, finden wir einfach, dass er richtig gute Arbeit geleistet hat. Die Heckrampe, auf der ich hier sitze, kann vom Material und von ihrer Konstruktion her theoretisch bis zu 400 Kilogramm tragen. Das haben wir so allerdings nicht in die Papiere eingetragen bekommen, weil dann die maximale Achslast der Hinterachse überschritten wäre. Wir haben in den Papieren also nur eingetragen bekommen, dass wir das Gewicht hinzuladen dürfen, bis die maximale Achslast erreicht ist. Und das ist ungefähr dann der Fall, wenn die Schwalbe komplett drauf ist und zwei, drei Ersatzteile noch. Viel mehr darf man hier leider nicht mehr drauf laden. Das, was diese Rampe so stabil macht, das ist der Fakt, dass sie direkt mit dem Fahrzeugrahmen verbunden ist. Und zwar an der Stelle, wo normalerweise die Anhängerkupplung sitzt. Und zwar mit diesen beiden Schnellspannern hier, die man theoretisch auch öffnen kann, wenn sie nicht so verdreckt werden wie hier. Und ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Es wird einfach mal Zeit, dass wir diesen Aufbau öffnen. Das ist das, was wir noch nicht zufrieden. Hier haben wir jetzt das Herzstück des Fahrzeugs, ein 1,6er JX Turbodieselmotor und die Technik ist soweit überschaubar. Wenn ich das hier gerade sehe, könnte ich auch mal wieder den Ölstand prüfen, denn dieses Fahrzeug verschlingt ganz schön viel. Die Frage, die ihr euch wahrscheinlich stellt, ist, wie fährt sich das Ganze denn nun? Und naja, zugegeben, mit gerade einmal 79 PS und der etwas größeren Bereifung fährt es sich gemütlich. Und was wir hier machen, ist natürlich Autobahn vermeiden und immer über die Landstraßen rüber. Und die Bulli-Fahrer unter euch werden das typische Problem des JX-Motors kennen, nämlich das thermische Problem. Heißt also, wenn es lange Zeit bergauf geht, und zwar gerade im Sommer, dann sollte man das wirklich gemütlich tun und nicht im Volllastbereich, sondern dann mal einen Gang runterschalten und die Temperaturanzeige ein bisschen im Blick haben. Und das alles ist nochmal zusätzlich mit einem eigenen Alarmsystem abgesichert, mit der sogenannten Pandora. Und diese Alarmanlage ist so komplex und so groß, dass sie fast schon ein eigenes Video wert ist. Aber ganz kurz zur Funktion. Ich kann das Auto jetzt hier erstmal ganz normal verriegeln. Habt ihr gehört? Da geht jetzt die Alarmanlage rein. Und dann kann ich den Status des Autos, sowie die Innentemperatur und die Position auch noch auf dem Handy orten und kann alles Mögliche an der Alarmanlage über diese App verstellen. Wie genau wir in den nächsten Wochen nach Vietnam kommen, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Ich jedenfalls mache das Auto jetzt erstmal wieder startklar. Dann geht's weiter. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video mal wieder gefallen hat. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.